Die Klangwelt Toggenburg vermittelt auf authentische Weise heimische Musikkultur und schlägt zugleich Brücken zu Rhythmen aus der ganzen Welt. Mit kreativen Angeboten wie der Klangschmiede, in der Gäste selber Schellen herstellen, bietet der Verein der Region eine klangvolle Alternative zum Wintertourismus. Die Klangwelt Toggenburg ist ein kulturelles Projekt, das Brauchtum und Klang erlebbar macht. Ich hoffe, dass wir die vier Projekte, die wir heute haben, Klangschmiede, Klangweg, Klangkurse und das Naturstimmenfestival weiterentwickeln können, qualitativ und quantitativ und das Neue dazukommen wie die Forschung und natürlich vor allem das Klanghaus, das wir sehnlichst erwarten. Es gibt ganz viele schöne Momente. Ein spezieller für mich ist immer das Klangfestival Naturstimmen, wo die Musik zur Sprache wird und so kommuniziert wird. Das Projekt ist für die Schweiz einmalig. Es weckt unglaublich viele positive Emotionen und es ist eine Reise ins Toggenburg wert.